Ist der weg? Ja, weg. Wo ist das Essen? Der ist weg. Ist rausgegangen gerade. Oh mein Gott. Hallo liebe Freunde, SSLKRUNTV, der immer noch beste Kanal auf YouTube. Freunde, heute haben wir was vor. Aufgepasst, ihr müsst jetzt der Erklärung lauschen, damit ihr alles versteht. So, heute wird es darum gehen, dass wir vier Kontrahenten diesen Kreis gleich betreten werden, Freunde. Ich glaube schon mal. Nein. Oh, wir haben es draus. Da wird es darum gehen, wer bleibt am längsten in dem Kreis drin, Freunde. Wer verlässt den Kreis zuerst und wer bleibt am längsten, Freunde. Wir haben ein ähnliches Video in dem amerikanischen Raum gesehen, aber haben das ein bisschen angepasst auf unsere Ape-Crime-Manier hier, Freunde. Was gibt es zu gewinnen heute, Freunde? Heute gibt es richtig was zu gewinnen. Es gibt hier wirklich richtig was zu gewinnen, Freunde. Schaut euch das an. Hier steht hier drauf, wie viel das ist. Ihr könnt mal rechnen. Hier sieht man das. 100 mal 50 sind logischerweise wie viel? 5.000 Euro. Also 10.000 Euro. Diese 10.000 Euro setzen sich aus unserem Privatgeld zusammen, also von mir, Cengiz und Jan. Halle macht auch mit, aber er hat nichts in den Pott geworfen. Deswegen kann Halle auch kein Geld gewinnen, dass wir auch fährle. Das ist alles noch, was wir haben. Wir werden jetzt den Kreis betreten und dann beginnt das Spiel. Wenn einer so macht, das so berührt, raus. Also wenn du, sagen wir mal, du bist hier und bist so verloren, raus. Man darf aber niemanden schubsen oder so. Also das ist ein Aushaltespiel. Jetzt nicht, es geht los, ich schubs jeden ab, gewonnen. So geht es natürlich nicht. Innerhalb des Kreises, film mal auf dem Boden. Wenn ich jetzt die Linie berühre innerhalb, habe ich auch sofort verloren. Was? Also man darf weder außerhalb noch die Linie innerhalb berühren. So, Freunde, in der Mitte seht ihr es. Hier ist eine kleine Lücke offen zu einer Vorratskammer, an die sich jeder bedienen kann, Freunde. Aber wenn das weg ist, ist das auch weg. Und? Okay. Wir haben noch keinen Piss- und Kackeimer, ne? Stimmt. Wir brauchen noch hier, die Truhe. Ich scheiß hier rein, Freunde. Und dann mache ich das zu, dann verbuddel ich die. Hier ist ja der Pipi- und AA-Eimer. Also muss ja auch jetzt, wenn einer dringend auf Toilette muss, kann er entscheiden. Verlasse ich den Kreis oder nehme ich dann doch nochmal den Eimer, Freunde? Kalle, musst du aufs Klo? Kalle. Nö. So, ich würde sagen, ja, sucht euch eine Ecke aus. Seid ihr bereit? Was ist das denn? So, Mann, geht bei dir jetzt. Kommt doch einfach. Hä? Scheiße, das Ding. Willkommen. Hallo. Das Spiel beginnt in 3, 2, 1. Au. Hey, hey. Ach so, noch eine Sache. Man darf sich nicht setzen, ne? Ja, okay. Man darf jetzt nicht sich hier reinlegen. Aber, Frage, darf ich euer Feld besuchen? Wenn man sich beeinledet, dürftest du... Okay, nur auf Einladung. Ja, klar. Was ist das hier? Kann ich das wegschmeißen hier? Wenn du willst. Ach, Freunde, ich esse erstmal was. Bist du dumm, wieso machst du jetzt schon? Ja, warum? Ich hab Hunger. Was denn hier? Ey, aber nö. Darf ich mich hinlegen? Nein. Ich nehm gar nichts vorne. Also, ich bin echt gespannt. Kalle, also eigentlich raus, aber wir verzeihen das einmal. Einmal, aber eigentlich, Freunde. Okay, ein Leben. Oh mein Gott. Okay, ja, jetzt ist der Nächste der Fehler macht den Supertag. Also, ich freue mich, interessiert mich wirklich mal, wie lange schafft man es zu stehen? Hat man das über Tage? Ja, ich glaube schon. Jetzt kommt der Nächste rein. Freunde, keine Ahnung, wie lange wir hier sind. Fühlt sich an wie eine halbe Stunde. Ja, das ist übrigens mal unfair. Ja, das Ding ist viel größer. Ja, stimmt schon. Ja, das ist viel größer. Wir können gerne tauschen. Gepisst hat noch keiner, geschissen auch nicht. Essen ist auf jeden Fall schon ein bisschen weg. Ich trinke mal einen Schluck, Freunde. Ich auch. Sangria, Mann. Na, Kalle, komm ein bisschen weiter rüber. Komm, fall. Oh, no. Wieder dangerous. Hey, was machen wir denn hier jetzt? Das ist sau. Man wird so unruhig. Ja, das ist voll anstrengend. Ich bin hier weg, Alter. So, Freunde, es wird Zeit für das erste Spiel. Und zwar ganz simpel. Wir haben hier so ein Ballwurfspiel. Wir werden die jetzt aufbauen. Und der, der mit einem Wurf am meisten schafft, darf sich was zu essen bestellen. Allerdings muss man ja gucken. Der Lieferant müsste ja dann bis hier reinkommen. Aber das geht ja. Also man kann ja sagen, kommen Sie bitte rein. Kamera macht die Tür auf. Sag mal Miau, Miau. Und Dexter klaut gerade den Ball hier. Guck ihn dir an. Was macht der? Der spielt damit. Scheiße, mein Ball. Okay, es gab es so leid. Okay, wie viele stehen noch? Vier. Dexter, außer Schusslinie. Kleiner Dex. Drei, zwei, eins. Oh, ich dachte, Dexter-Bonus kommt schon. Stark. War schon mal schnell. War, aber, ja, ja, sechs. Sechs, 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 sechs. Satz eins gerade, Jan Meier. Oh, au, 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 au. Ich hab vier. Ja, ich auch. Ja, er hat sechs umgerufen. Drei, vier, sechs. Ach so. Sechs, sechs. Kalle, du kannst gewinnen. Alles nach Hause holen. Das ist doch der nächste Kalle. Ja, ja. Kalle, du hast es gemacht. Sieben Stück. Kalle darf bestellen. Ja, du darfst essen bestellen. Geil. Hallo? Hier, kommen Sie doch ruhig rein. Kommen Sie rein. Hallo? 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 Ich warte schon. So, die ganze Zeit lacht und klar kommt. Ja, okay. Kommen Sie ruhig rein. Ja, das ist ja weg. Wo ist das Essen? Der ist weg. Ist rausgegangen gerade. Oh mein Gott. Hey, guck mal, Handy. Vielleicht ruft er an. Vielleicht ruft er an. Nee, hat mich angerufen. Hat der es doch dahingestellt? Ja, das ist gerade gut. Oh Gott sei Dank. Wie so. Was soll das? Hier, Kalle, dein Essen. Dankeschön. Ich dachte, der ist einfach wieder abgehauen. Ich dachte auch, der ist einfach weg. Scheiße, ich will auch was. Der Asi. So ein Asi. Boah, langsam geht es die beiden hier. Ich will hier echt raus. Ich habe eine Frage. Ist es erlaubt? Guck mal. Nein. Ich darf doch so machen, oder? Nein. Ja. So auch? Nein. Talon. Talon? Ja, ist so. Ja, ja, Talon. Nein. War ja nur fest. Ich mache es so. Oh, war ja nur fest. Ey, warte mal. Ich habe keine Frage. Darf ich den Boden hier berühren? Ey, ich darf das mal nehmen. Ich disqualifiziere. Ich darf die Rolle doch nehmen. Scheiße, jetzt. Was ist das? Ey, das ist ein Tier drauf. Oh, oh, oh. Danke, ich will hier raus. Nur Leute, ich esse das in Ruhe, ja? Macht das? Äh? Stopp, bin raus. Ja, ich will raus. Ja, klar. Nee, wirklich. Ich habe ja meine Essen gekriegt. Willst du wirklich raus? Nein, ich will raus. Ich habe keinen Bock. Der kann ja nicht mal Geld gewinnen. Dann würde ich auch an seiner Stelle die nicht mal mitgebracht. Stimmt, eigentlich. Gehst du raus oder nicht? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der erste kleine Jahr. Kleiner Schritt für, oh, mein Gott. Wird das wirklich machen? Mal essen. Oh, mein Gott. Und was ist mit Karlsfeld? Und was ist mit Karlsfeld? Ey, was ist hier jetzt? Ey, man sieht, man checkt das im Video bestimmt gar nicht, aber das ist wirklich richtig anstrengend. Ich kann gar nicht mehr stehen. Man kann sich ja nicht mehr... So eine Russen-Hocke darf man auch nicht, ne? Darf man so machen? Ja. Ja, okay. Ich habe was Gutes, Freunde, damit das schneller geht. Ab sofort nur noch auf einem Bein. Ich will mich doch mal einlassen. Wie lange stehen wir hier denn schon? Hat der eine Uhr wieder gestehen wir hier? Ein paar Stunden auf jeden Fall. Was ist denn hier, ey? Wir sind ja zweieinhalb Stunden jetzt schon hier. Man kann, kann ja Tage drehen. Das ist mal der hier echt. Ja, ich kann nicht mehr. Ich finde, man wird hier wahnsinnig. Weißt du noch bei diesem Security-Job an diesem Ostsee? Ja, aber da waren wir acht Stunden. Ja, aber du könntest ja locker ein, zwei Tage stehen. Könnt du dich da? Ja, klar. Ja, theoretisch krankst du es. Aber das ist so, du wirst hier wahnsinnig. Ja, aber ja, ich weiß. Weil da, also ich finde, das ist nicht mal so was wie so ein Bereich, sondern das ist so ein Raum, in dem man gepackt ist. Einschränkung der Privatsphäre. Ja, ist so. Boah, Alter, mein Becken tut so an. Ja, dann geht's. Was für mein Akku leer ist. Pech. Ist nicht so, doch. Ist nicht so, Freund. Ich habe noch ein anderes Problem, meine Damen und Herren, ich muss pissen. Das Piss einmal. Die haben kaum was getrunken, aber ich muss trotzdem. Das kann ich niemals sagen. Warte mal, die hier in die Mitte darf man doch gehen, also durch diese Lücke. Wow. Jetzt habe ich eine Mitteilung bekommen, der Fahrer ist gleich da vom Essen. Kommt da noch mal eins? Nee, oder? Okay, es ist soweit. Ich pisse einfach, weil das dauert eh noch drei Stunden. Man muss eh pissen. Was? Gehst du auf Toilette? Nee, ich pisse in diesen Becher. Einmal. Wir sind hier eh noch lange. Ich habe doch auch schon in diesem Auto-Video gepisst. Geht das so, oder? Man sieht meinen Schwanz nicht, oder? Nee, das ist zu klein. Ich gehe hier gleich raus, Alter. Oh, geil. Das war gleich wahnsinnig, Freunde. Wow. Macht diese schlinke Pisseleik. Boah, meine Füße tun echt langsam weh, ne? Ja, lass ein Bein machen. Ich habe Taktik gemacht, dass ich mich nicht viel bewege, aber mittlerweile ist es so platz. Ich glaube, man muss sich viel bewegen. Ich fühle mich befreit. Okay, lass es verschärfen. Ja, ein Bein. Was machen wir? Ja, los, ein Bein. Sagen wir mal, ich mache so. Und dann kann ich nicht mehr und mache so. Darf ich das? Ja, nee, was ist denn, wenn ich mich aus dem Gleichgewicht geraten und dann, oh, scheiße. Verloren. Was? Ja gut, man darf switchen, aber nur auf einen rein. Was ich dann so machen? Ja, okay, dann war ich die ganze Zeit halt so. Ja, okay, dann los. Okay, los. Okay, 3, 2, 1, los. Das wird nicht lange dauern. Jengs verliert. Okay, Freunde, wir verschärfen die Regeln nochmal. Man darf nicht mehr den Fuß wechseln. Okay. Ab jetzt. Ja, was? Will noch einmal gerade mehr wechseln? Ja, okay. Okay, jetzt nicht mehr wechseln. Und jetzt nehmen wir das Schere, das Papier und der Verlierer muss immer so einen Sprung machen. Geh los. Ein Kunststück oder nicht? Irgendwas. Ja, okay, los. Krasses. Ja, nice. Okay. Ähm, Bein drücken wir es mal. Hat mich überzeugt. Okay, ja. Oh, 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 oh. War gut, war gut, war gut. Stark, okay, weiter. Yes. Oh, mein Fuß ist platt. Oh, Jan, stark. Ah, Alter, mein Becken tut schon so. Ich kann nicht mehr. Oh, Jengs kippt gleich. Boah, ist echt sauer. Das tut wirklich, diese Füße sind sauer. Nee, scheiß noch nicht, hör auf. Das ist nicht so. Ich kann nicht mehr. Los, einmal noch. Oh, mein Gott, ich muss wechseln. Darfst du nicht? Was? Ey, was? Oh, mein Gott. Hätte ich nicht gewechselt, dieser Fuß mehr gebrochen, ey. Denk es raus. Oh, mein Gott. Stark, wie alles, aber ein starker Gegner. Ey, wirklich Leute, krass sind so Schmerzen. Das ist so doll weh. Ey, Freunde. Scheiße, Alter, dieses Kerl. Jetzt habe ich das nicht, aber er wird gut. Das ist schon krass. Egal, Freunde. Ich würde halt hier ausharren, Freunde. Ich würde gerne was trinken. Wir haben hier noch in petto gehabt. Ein krasses Finale. Oh, nein. Ich kann nicht mehr. Und zwar ein Seil für das Seilspringen. Oh, mein Gott. Verliert man sofort. Ja, aber wie machen wir das denn jetzt? Nimm mal das Seil hoch. Okay. Okay, geht mal näher zusammen. Weil jetzt geht es nur darum, wer verliert. Oh, mein Gott. Alter, ich kann nicht mehr. Also ganz kurz. Darf ich hier drauf? Ja, ja. Ihr dürft. Aber was ist, wenn jetzt einer das Seil springt und das kommt gegen meinen Fuß? Das ist ja nicht schlimm. Also, ne? Ne. So, okay. Okay, passt. Ich kann nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr. Es geht los. In drei, zwei, eins. Jetzt. Oh mein Gott. Oh, was ist? Hey, ich hab das nicht gesehen. Ist nichts verloren. Ist nichts verloren. Ist nichts verloren. Okay. Oh, was ist das mehr? Oh mein Gott. Alter, ich kann nicht. Ich brech halt zusammen. Alter, mein Fuß. 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 Oh mein Gott. Freunde. Alter, mein Bein. Oh mein fucking Gott. Das tut an. Höllen und Schmerzen. Ist mir egal, dass das Geld weg ist. Leider hat Anregerungen. Ich überreiche 10.000 Euro, überreiche ich die Anregerungen. Stark, Freunde. Eigentlich ist er ein Drittel da von mir. Also 6K gemacht, Freunde. Oh, richtig. Dann kriegt es gar nicht gut. Geil, Freunde. Die batzen. Oh mein Gott. Shit, Alter. Ich kann nicht mehr. 3.300 Euro. Oh mein Gott. Freunde, mir ist so warm. Freunde, lauscht mal eure Ohren. Spannt mal eure Ohren, wie auch immer. Am Sonntag kommt ein Video. Erstmal kommt natürlich eine Crime-Time, Freunde. Kinder früher versus heute. Ein Klassiker. Aber es gibt ein Video. Ihr wisst es, die treuen Zuschauer wissen es. Da kriegen wir tausend Nachrichten. Macht das nochmal. Macht das nochmal. Macht das nochmal. Und wir haben es nochmal gemacht. Ich kann es nicht sagen, Jan. Sag du. Legendär. Das ist YouTube-Geschichte. Wer ganz oben haut auf die Kacke, Freunde? Scheiße. Wer haut auf die Kacke 2 am Sonntag, Freunde? Oh mein Gott. Lass einen Daumen hoch da für diese Videos im Moment, Freunde. 20.000 Daumen hier drauf sind ja wohl eine Möglichkeit, oder? Ganz wichtig, Freunde. Merkt es euch. Der 15. November. Diese Kollektion droppt am 15. Eine der besten Kollektionen, die wir je gemacht haben. Merkt es euch. Schreibt es euch auf. Crime-Shop.de. Die nächste Zeit wird hier wieder nur geballert, Freunde. Wir sehen uns Sonntag wieder zum Doppelpack-Video von Wer haut auf die Kacke und Kinder früher versus heute. Bis dahin. Dankeschön, bist du schon. Oh, das war wirklich anstrengend. Ich habe es.